Die Erwartungshaltung, wie diese Rolle zu gestalten ist, also jemand stellt, also ich denke oft an Aufbau, an wachsende Unternehmen aus dieser Startup-Szene heraus und aus diesem Wachstum heraus kommen neue Anforderungen und in dieser neuen Anforderung steckt einfach drinnen, okay, wir brauchen dort jetzt, das war bis jetzt ein Team und jetzt auf einmal möchten wir daraus ein Team, also zwei Teams machen und dann brauchen wir vielleicht einen oder noch einen zweiten Team-Lead dazu und das heißt aber natürlich, da möchte ich jemanden in dieser Position dann haben, der eben in der Lage ist, dieses Team auch zu managen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich dann jemanden habe, der dann Gedanken verloren eine fleißige Arbeitsbiene ist und dort nur hineinarbeitet, wenn er sozusagen nicht dieses Team managen kann. Das ist einfach ein wichtiger Punkt und den gibt es auf vielen Ebenen. Was erwarte ich davon? Wie viel Selbstständigkeit erwarte ich? Was erwarte ich, was da rauskommt? Was dort an Ergebnissen kommt? Was an Initiativen gestartet wird? Oder soll er sozusagen nur als übergeordneter Führungskraft da was halt hinunter plätschert und das bearbeiten, was ich dem halt gebe sozusagen? Oder erwarte ich von ihr, dass sie ganz neue Initiativen hineinbringt, frischen Wind bringt, Dinge neu betrachtet etc.? Und das kann massiv einen Unterschied machen, wen ich da auswähle als idealen Kandidaten, weil für das eine halt ein ganz anderes Profil notwendig ist als für das andere.